Wie man einem Tier Befehle gibt, es trainiert, wie man seine Körpersprache liest und interpretiert, wissen viele. Doch ihre Energie zu spüren, wirklich mit ihnen in Kontakt zu treten, die Kluft zu überspringen, die uns von ihren Gefühlen und Gedanken trennt nur wenige. Wirklich mit ihnen in Verbindung zu treten, heißt, die Einbahnstraße in der Kommunikation zu verlassen, in ihre Haut, in ihr Feld zu schlüpfen und die Welt mit ihren Augen zu sehen. Geprägt von Liebe, Neugier, Vertrauen und Respekt und dem Wunsch, sie zu verstehen, zu wissen, was in ihnen vorgeht, was sie versuchen zu sagen, das ist die wahre Verbindung zu den Tieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020